Neben den politischen Fragen gibt es da auch noch datenschutzrechtliche Fragen rund um den Grünen Pass und dazu begrüße ich jetzt den Geschäftsführer von EPICENTER WORKS Thomas Lohninger, via Skype zugeschaltet. Vielen Dank für die Zeit. Hallo. Herr Lohninger, Ihr Verein ist ein Verein für Datenschutz, hat heute einen offenen Brief ins Netz gestellt an die Europaabgeordneten mit einer Warnung vor Datenschutzrisiken und vor Diskriminierung durch den sogenannten Grünen Pass, der dann ja kommen soll. Welche Gefahren sehen Sie denn? Also unser Brief bezog sich auf den ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission, der am Mittwoch im Europaparlament abgestimmt werden soll und da gab es wirklich einige Kritikpunkte, aber zum Glück konnten die in den Verhandlungen jetzt schon so ausgeräumt werden, dass zumindest das Europaparlament eine wirklich datenschutzfreundliche, inklusive und nicht diskriminierende Variante von diesem EU-Gesetz beschließen wird. Ob das mit den Mitgliedstaaten die Verhandlungen überleben wird, sehen wir dann erst im Mai. Das heißt, das, was die EU jetzt plant, wäre für Sie aus datenschutzrechtlicher Sicht in Ordnung, da müsste man sich keine Sorgen machen. Was hat man da noch geändert zum Beispiel auch? Ja, also die Kommission hat hier wirklich schon mal eine viel bessere Architektur vorgelegt. Was da in Österreich geplant war, wir konnten im Februar ja schon erste Einblicke davon bekommen und an dem System wurde ja seit Sommer letzten Jahr schon gearbeitet im Stillen und das war wirklich desaströs. Also ich verstehe, dass man in Österreich gerne der Erste sein will mit solchen Sachen und ja, andere Länder können dann vielleicht auch von unseren Erfahrungen lernen. Nur das Problem ist, dass das Vertrauen damit halt auch dahin ist, wenn dieses System von und hinten nicht funktioniert. Das haben wir auch letztes Jahr mit der Stop-Corona-App leidig sehen müssen. Andere Länder wie Deutschland haben tausende Infektionen verhindern können. Wir in Österreich waren die Ersten, aber halt mit einem sehr wackeligen System. Ich finde auch dieses Vorpreschen des Bundeskanzlers im Moment sehr problematisch. Probleme, die wir auf EU-Ebene gelöst haben, ganz einfach die Beobachtbarkeit. Das österreichische System wäre komplett überwachbar gewesen. Wenn ich damit zu einem Wirken gehe, ins Stadion gehe, ins Museum gehe, würde das an zentraler staatlicher Stelle erfasst werden. Beim europäischen System ist das nicht der Fall. Das ist datenschutzfreundlich und unbeobachtbar. Jetzt ist es ja trotzdem so, dass Österreich noch vorerst den eigenen Weg gehen möchte, bis dann der EU-Grüne-Pass kommen soll, höchstwahrscheinlich dann im Sommer, also Ende Juni, Anfang Juli. Sehen Sie diese Problematik bei dem, was wir jetzt aus dem österreichischen System wissen, immer noch gegeben? Oder hat es auch hier Adaptierungen gegeben? Das Problem ist, so gut wir eingebunden sind auf europäischer Ebene, so intransparent handelt man hier auf nationaler Ebene. Ich weiß nicht, was genau man jetzt im Mai in Österreich plant, weil das EU-System ist noch nicht fertig. Da fehlen die architektonischen Grundlagen dafür und vor allem fehlt auch die rechtliche Grundlage in Österreich. Das, was die EU uns gibt, ist ein System für Grenzübertritte, also für die Personenfreizügigkeit. Wenn Österreich dieses System auch einsetzen will in Betriebsstätten oder in Sportstätten, dann braucht es dafür ein nationales Gesetz. Wieso? Weil es um sensible Gesundheitsdaten geht und wenn die jeder Wirt oder jeder Security im Stadion überprüfen muss, haben wir natürlich schon ein Problem. Also wir reden hier auch von Genesungszertifikaten. Das betrifft tausende Menschen, die vielleicht unter Long-Covid leiden. Diese Information will man natürlich nicht in fremde Hände legen und es gibt hier schon Bestrebungen von der Wirtschaftskammer, dass man die Gastroregistrierung mit diesem grünen Pass in eine App verschmelzt. Und deswegen sind da ganz viele Datenschutzfragen noch zu klären. Bezüglich der Verhandlungen mit der Opposition, ich habe vorher noch mit dem Clubdirektor der SPÖ gesprochen und der hat gesagt, alles worüber jetzt mit der Opposition verhandelt wird, ist nur damit Geimpfte sich nicht testen lassen müssen. Wie man das Ganze nachweist und wie das rechtliche Korsett dafür ausschaut, da gäbe es keine Gespräche, hat er mir vor der Sendung gesagt. Also sprich, diese Nachvollziehbarkeit betrifft jetzt hauptsächlich die App, wenn man jetzt dann ab 19. Mai das hinbekommt, dass man das mit einem Zettel nachweisen kann. Da sehen Sie die Problematik jetzt noch nicht, aber dann im weiteren Geschehen dann bei der App. Also im Endeffekt ist es wurscht, ob man das auf dem Handy oder auf einem Stück Papier hat. Es ist ein QR-Code, den könnte man sich auch tätowieren lassen. Es ist komplett wurscht. Die Frage ist, wie wird der überprüft? Und diese Verifier-App, das ist was, das die EU auch mitentwickelt und uns schenkt. Das kriegen wir sozusagen frei. Und da ist sozusagen jetzt nicht wirklich das Problem. Die Hauptfrage ist eine rechtliche für Österreich. Und da will ich auch anschließen an das, was wir im Beitrag gehört haben, dass sich viele Leute nicht auskennen. Diese Materie wurde schon dreimal mit Gesetzen behandelt und noch nie gab es eine Begutachtung dafür. Also eine normale Begutachtung, wo Expertenorganisationen wie unserer sich damit auseinandersetzen können und Feedback geben, hat man sich bisher nicht getraut. Obwohl ja mit der Blockade des Bundesrats für drei Wochen man Zeit gewonnen hat. Also ich verstehe nicht, wieso das immer so im Stillen in Österreich gemacht wird, wieso man da nicht transparenter spielt. Abseits der Pressekonferenzen müsste man einfach mal die technischen Spezifikationen und die rechtlichen Grundlagen auf den Tisch legen. Jetzt müssen diese Daten, was Impfungen, Testungen und Genesungen dann eben betreffen, jetzt dann in Zukunft für den grünen Pass im BZ, ABAZ, also im Bundesrechenzentrum gespeichert werden, wo ja auch dann eben dieser QR-Code dann zustande kommen soll. Ist das im Bundesrechenzentrum jetzt die sicherste Variante oder hätte man das zum Beispiel über das ELGA machen sollen? Wie ist da Ihre Einschätzung dazu? Also ob jetzt BZ oder ELGA, nimmt sich nicht viel. Es sind zwei Organisationen, die ordentlich arbeiten. Wogegen ich mich verwehre und das ist leider auch von Beate Meinl-Reisinger gestern ja gesagt worden im Zentrum, dass das irgendwelche Start-ups machen sollen. Das hielten wir für sehr problematisch. Hier geht es um sensible Gesundheitsdaten potenzieller gesamten Bevölkerung. Und die hat der Staat schon. Die liegen im BRZ in drei verschiedenen Datenbanken, je nachdem, ob es eine Impfung, eine Genesung oder eine Testung ist. Und das ist schon gut, dass wir an staatlicher Stelle dann auch diese Zertifikate aushändigen und dass das nicht irgendwelche Start-ups machen. In Deutschland haben wir gesehen, dass Start-ups im Covid-Bereich so wirklich in einer Glücksritter-Manier sehr unsauber gearbeitet haben, um schnell Geld zu verdienen. Das will ich nicht. Ich finde eigentlich gut, dass Österreich das beim Bundesrechenzentrum entwickeln lässt. Sie selbst haben auch eine Alternative vorgeschlagen, eine Zertifikatsprüfung, die offline auf den Endgeräten dann jeweils stattfindet, also ohne zentrale Speicherung. Wie kann es denn dann technisch funktionieren? Wäre das nicht auch dann total einfach zu manipulieren? Also das System, was wir vorgeschlagen haben, da haben wir in der ersten Sitzung mit dem Gesundheitsministerium im März, als man endlich mit uns sprach, schon gesagt, die Richtung müsst ihr euch anschauen. Und genau die Richtung hat die EU auch vorgeschlagen. Also es braucht auf jeden Fall an irgendeiner Stelle, überprüft diese Daten, wer ist jetzt geimpft, wer ist jetzt getestet. Das muss ja von einer glaubhaften Stelle kommen. Die stellen Zertifikate aus, die sind in Form eines QR-Codes und unterschrieben, sodass dann mit einer Verifier-App jeder offline überprüfen kann, ist dieses Zertifikat gültig, ist diese Person wirklich getestet, geimpft, genesen. Und diese Überprüfung, die muss aber wirklich auf dem Gerät passieren und nicht mit einer Abfrage an irgendeiner zentralen Stelle. Diese Verifikation ist das Problem. Über diese Verifikation würde ich dann auch wissen, bei welchem Wirten ich bin, bei welchem Fußballspiel ich bin. Und genau diese Daten über unser Privatleben, über unsere Bewegungsprofile, die darf der Staat nicht haben. Also nochmal zusammengefasst, beim EU-Grünen-Pass haben Sie keine großartigen Bedenken, aber was die österreichische Regierung da jetzt momentan plant, da gibt es noch Fragezeichen. Herr Lohninger, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.